Hallo Fans, heute am 9. Dezember habe ich mir etwas ganz besonderes für euch ausgedacht beziehungsweise ist es etwas, was es schon gibt, was schon existiert und was mir in meiner Kindheit, Jugend und auch im Erwachsenenalter sehr viel Freude macht. Es ist, ich muss erst das Podcasterlauf machen, damit ich es euch sagen kann. Es ist ein Gedicht und zwar nicht irgendein Gedicht, sondern ein Gedicht von meinem Lieblingsdichter und das ist der Pumuckl. Und der Pumuckl, der möchte gern Schokolade bekommen und deswegen erfindet er ein Bravheitsschokolade bekomme Gedicht. Und das geht so. Durch ein Hand von Geisterhand fliegt nichts, denn ich krieg Schokolant. Schokolund im Kobolds Mund ist besser noch in einer Stunde. Also, tschüss. Na, Pferde. Was? Wo sind die Pferde? Schleich die. Achso, schleichen, ja. Schleichen.